Hi Leute und willkommen zurück zu Octopass Traveller. Wir haben beim letzten Mal, ja, er hat, ähm, wer ist der denn jetzt? Wow, ist der Name vergessen? Äh, Alfin, genau. Der hat so eine Lehre gekriegt von so einem komischen Typen, der erst, ja, unseren Patienten nicht heilen wollte. Das haben wir das gemacht und dann ist der uns in den Rücken gefallen. War ein bisschen blöd. Jedenfalls ist Alfin jetzt ein bisschen am überlegen. Und, ja, wir wollten gucken, wo wir hingehen. Ich glaube, wir wollten zu Olberic als nächstes. Ich muss mal gucken, Olberic Level 32, das sieht eigentlich ganz gut aus. Olberic ist Level 38, gut, Alfin haben wir gerade, das heißt, äh, vielleicht haben wir auch eine Filie heraus, wir können mal gucken. Ähm, war das hier oder wo kann ich meine Gruppe tauschen? Nein. Wir sind nur Waffen. Oder ist das oben? Äh, ich glaube, ja. Wir gucken mal oben. Na, komm. So, da oben. Alles klar. Gut, gucken wir mal, was machen wir hier. Olberic Wollen wir auf jeden Fall jetzt benutzen. Oder als nächstes halt. Und wir können mal unsere Gruppe wechseln. Wen nehmen wir durch, äh, wen tauschen wir durch, so? Ähm. Alfin ist Apotheker, genau. Ich würde sagen, Ophelia raus, weil sie noch höher ist. Ja, weil zwei Heiler sind definitiv einer zu viel. Ähm, wir können dafür... Serien oder Cyrus. Ich nehme mal Serien rein. Für Ophelia. So. Primrose. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Dann können wir ihn nachher auch wieder rauskicken und Cyrus reinholen. Ich glaube, so lassen wir das. Wir müssen ja nochmal gucken. Ich glaube, du bist Apotheker. Zwei Apotheker sind auch ganz gut soweit. Ja, passt. So. Wo müssen wir eigentlich als erstes denn? Ähm, wir müssen... Raus. Wenn wir rechts rausgehen, kommen wir hier an. Können wir wahrscheinlich... Oh, hier durch die fette Wüste. Hier, denke ich, wird auch noch irgendwas cooles sein. Dieser Pyramide. Oder was da oben erst da steht. Tempel oder so. Na ja, gut. Wir nehmen uns erstmal auf den Weg. Vielleicht schaffen wir es in diesem Part noch gar nicht dran zu kommen. Auch wenn das gar nicht so weit aussieht. Aber na ja. Ähm, da bin ich falsch. Ich muss runter. So, dann möchte ich gleich mal gucken, ob ich hier richtig bin. Eigentlich ja. Gehe ich davon aus. Aber... Na, man kann sich nie sicher genug sein. Gefahr ist schon für 29. Ja. Das sollte easy sein. So. Gucken wir mal. Genau. Wir sind da. Wir müssen weiter nach rechts. Was ist hier eigentlich? Ach, hier waren wir schon mal, ne? Kann das sein? Ich werde das schnell machen. Oh, neuer Gegner. Die Behandlung ist wirklich glücklich. Okay, das hilft nicht. Das hilft auch nicht. Ich bin bereit. Das hilft. Ah, ein Zauber dann wahrscheinlich. Schwert, Lanze. Nee. War frei selber. Gut. Wow. Warum? Übel. Okay. Ah, beide verfehlt. Na, wow. Das läuft ja. Ich glaube, ich gar nicht. Oh, ist das hoff. Ähm. Lanze. Du hast hier nur Apotheker. Mit zwei davon. Erste Hilfe auf Primrose. Zum Glück trifft das wenigstens immer. Oh, das ist gut. Äh, das ist Therion. Kannst lieber das Messer nehmen. Okay. Magenscheingriff helfen. Jedenfalls sieht das aktuell so aus. Ähm. Wir heilen auch nochmal. Ja, moich, ey. Das sabbert doch zu viel. Das sabbert mir viel zu viel. So, dann, äh. Machen wir das so. Ah, immer in einmal. Gut. Dann, Tänzhafigkeiten. Machen wir das. Ah, auch keine Stärke gegen Dunkelheit. So, was kannst du machen. Eis. Nein, Eis. Aha, wie die anderen. Das ist schon mal gut zu wissen. So, da warte ich bis auf nächste Runde. Machen wir das erstmal. Nein, so. Möchte ich in diese Runde brechen. Warum eigentlich nicht? Schön. Oh, das ist ja immer noch langsamer. Das läuft ja immer besser hier. So, Kriegerfähigkeiten. Hau mal drauf da. Sehr gut. Die Fähigkeiten, ähm. Krieger. Machen wir so. Oh. Das war lame. Oh, mein Gott. Schein uns einfach zu hassen. Ich kann's verstehen. Ah, wir machen das so. So. Weg mit denen. Oh, schön. Zweite beim Albrecht nächste Mal auch. Perfekt. So, hier war doch nur eine Höhle für Schrein des Heilers. Warte mal, Schrein des Heilers? War das jetzt Apotheker oder ist das wirklich für... Ja, Apotheker, okay. Da ist nichts mehr. Dann war das Apotheker. Ich hätte gerne nochmal, äh... Eine Ophelia-Fähigkeit. Das war doch gar nicht so verkehrt. So. Nach rechts mussten wir. Oder wir kämpfen erst mal. Schein wieder so ein Viech. Ähm, machen wir so. Ausweichen tut auch noch. Wow. Erzähndes Viech. So, du kannst erst mal... So machen. Gut. Macht er irgendeinen Scheiß. Alles klar. Krieger, ähm, Dieb. Äh, probieren wir mal Feuer. Das hat mich schon, ne? Fäll. Wind muss ich ausprobieren, eigentlich. Hab ich den Wind? Nö. Dann machen wir Heilung. Ja, warum nicht? Nee, äh, doch. Doch, 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 doch. Oh, ist okay. Äh, machen wir jetzt hier genauso. Macht, wie es rumschmeckt, gar nichts mehr. So, kriegerfähigkeiten. Oh, er weicht super gut aus. Das hält mir. So. Du könntest mal angreifen. Mal angreifen. Dann könntest du eigentlich noch mal angreifen. Äh, oder... Aber wenn du dich alle brechen, dann greifen die eh nicht mehr an, dann ist das okay. So, machen wir jetzt so. Schon was solltest du eh überleben. Also nicht ganz so schlimm. Nein, das will ich machen. So, kannst du eigentlich... So, kannst du eigentlich... Was machst du denn mal? Das ist das stärkste, aber hey. So, stirb. Sehr gut. Ähm... Einfach geboostet. Sollte reichen. Jawohl. Easy. War sogar schon zu viel. Ähm... Down. Perfekt. Hat er eigentlich. Hat er eigentlich. Ich weiß gar nicht. Haben wir nachgeguckt? Hast du denn eigentlich? Wo ist denn das? Ausrüstung. Irgendeine dämliche Waffe? Mondschein durch. Breitschwert. Nein. Provisorische Axt. Hm. Die müssen wir eigentlich durchtauschen, aber wir haben keine. Äh, du sollst nicht mehr in der Axt angreifen. Sollten uns merken. Irgendwie was provisorisches... Du hast provisorisches Schwert? Warum? Mundklinge. Wow. Da hab ich gar nicht drauf gedacht. Okay, und du darfst halt nicht mit der Axt angreifen. Schade. Wow. Ist hier schon so lange? Äh, Dieb. Naja, gut. Gucken wir doch mal. Oh, Gefangsstoff 11. Jetzt wird's gefährlich. So, kurz auf die Karte. Nach rechts, alles klar. Wir werden tatsächlich noch angegriffen. Ah, ich sah Stachel voll Blut verschmiert. Nice. Sieht ja cool aus. So, ist noch eins. Und du machst das. Perfekt. Kannst du nicht ganz gut aus? Kannst du nicht mehr, stimmt. Gut, gut, gut. So, wir wollen weiter nach rechts, haben wir gesagt. Südlige Sandwüste. Wir sollten speichern, sobald wir die Möglichkeit haben. ich weiß sie war auch irgendwo noch mal ich glaube eine höhle ein bisschen zu stark für uns damals war aber ich möchte ja gerade auch nicht unbedingt rein das war einfach die fähigkeiten und du kannst kein problem mehr na gut bei dem level unterschied sollte es auch klar sein so wir müssen nach unten nein wir müssen nach rechts nach rechts das kriegen wir so und jetzt nach unten die quell bei uns sandwüste 31 hier glaube ich waren wir aber schon mal ein bisschen uns geguckt ja genau ist noch irgendwas unten wir sind eine versteckte hülle also macht das fiel wieder so was nehmen wir denn du hast das verschwärt jetzt aber bleiben wir da nein man macht das sehr schön dann kann sie nämlich direkt wieder voll angreifen du hast eine lanze schwert lanze warum nächste runde jetzt wird das nichts bringen so du kannst schwert wasser wir machen das was soll's so das hat er und du kannst erhalte sie einfach mal selber dann kriegerfähigkeiten du kannst dem ergreifen der ist weg perfekt da das ist eigentlich ein bisschen verschwendung aber was soll es der überlebt sogar aber noch mit dem weg auch kommen also was war das denn das war echt schlecht das war richtig schlecht so der ist weg hoffe ich ja das hoffe ich wirklich der ist so dann gehen wir kurz ins menü und machen ein wenig heilung So, ist gut. Kommen wir hier links hin? Ah, das sieht doch nach einer guten Höhle aus. Haben wir eine böse Höhle oder was Gutes für uns? Wir wurden überrascht, na toll. Ich bin bereit. Sehr gut. Die Fähigkeiten und... Oh, nö. Mach das einfach. Ist okay so. Ohne zu boosten 1100, das ist doch okay. Damit können wir arbeiten. So, Tänzerfähigkeiten. Nein. Mach das. Oh nein. Er kann auch gar nicht diesen Superangriff machen, sich gerade. Warum? Warum denn nur? Warum? Machen wir... Ja, komm, ist egal. Oh, das ist ein schöner Schaden. Schade. Ich dachte, das würde ausreichen. Dann machen wir... Dann machen wir... Dann machen wir es so. Und du machst mal das so. Sehr gut. Ich bin bereit. Machen wir es so. Machen wir es so. Und das. Ja, down. Gut. Gut, was haben wir hier. Schrein der Tänzer. Hier waren wir schon? Hier waren wir echt schon? Ich bin ein wenig verwirrt. Daran habe ich mich jetzt nicht erinnern können. Na gut. Ich würde sagen, wir beenden hier den Part und... Machen uns dann weiter. Wenn ich es dann durch die Wüste... Vielleicht finden wir... Ach nee. In diesem Gebiet sollten wir keins mehr finden. Aber wir könnten theoretisch zu Ulverick schon kommen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.